Guten Tag, hier ist der Game, wir spielen weiter und schauen wir mal, wie es aussieht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Schauen wir uns das an. Schauen wir mal, wie es aussieht. Naja, nächste Pringer, gucken wir noch das Annahmenschwurm an. Nehmen wir noch die Rini, können wir auch noch ein anderes probieren. Dann können wir ja mal gucken, wenn es aussieht. Die sieht nicht schlecht aus, aber ich bin... Oder nehmen wir die da, die ist wunderbar. Die wiegt halt nicht so viel. Die wiegt halt nicht so viel. Ich würde jetzt einmal nehmen die. Die sieht cool aus. So Leute, jetzt gehen wir jetzt... Jetzt gehen wir mal wieder zur nächsten Mission machen. Gucken wir mal, was wir machen müssen. Ah, ich finde die cool. Sieht jetzt. Könnt ihr schreiben, wenn ihr wollt, was ihr denn nehmen habt ihr gesehen. So, jetzt gehen wir mal ein paar Mission... äh, wieder Quests machen, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir so vorhaben. So, dann können wir die erste Mission mal wieder an den Weiden loslegen. Ah, da können wir Quests machen. Wo läuft ihr denn auch noch? Ah, da können wir Quests machen. Wo läuft ihr denn auch noch? So, dann gehen wir mal die erste Quiz. Mal schauen, was wir jetzt alles machen müssen. Macht so ein Spaß, das Spiel finde ich. Und ihr könnt auch nur sagen, wie ihr das Spiel findet. Wir können ja sagen, wie ihr das Spiel so findet. Oh, da stimmt. Das ist ein Wettbewerb. Ah! Ay, ey! Aldo! Ah, das ist ein bisschen! Ah! Ah, das ist ein bisschen! Ah! Ah, das ist ein bisschen! Ah! Ah, la nid. Okay, Mammo. Bugmammu dianam. Okay, wo sind die denn? Jetzt mal mal gucken alle Okay, wo ist das? Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Gehen wir mal, wenn sie weitergehen müssen. Guck mal wo Guck mal wo noch Wo noch ein paar Leute sind Ah das ist super Oh man Oh man Ah die geht da ab wie die Sau Geht die ab die eine Ich glaube ich nehme Ah endlich haben wir fertig Oh man Aber ich Ich habe es gut gemacht Leicht zu machen Und haben die nächste Mission auch fertig Nicht schlecht Da kaufen wir gleich wieder alles hin Oh man Nicht schlechtes Spiel oder Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben Wie jedes Spiel zu sehen Würde mich interessieren Ja So machen wir gleich die nächste Mission Wissen wir jetzt Schnecken Drei Schnecken eliminieren Mal gucken wie die Mit die so abgehen Oder nur eine Die Schnecken Die Schnecken Na du ist immer nur der Anfang Okay Jetzt gehen wir mal ein paar Schnecke sammeln Na du ist immer nur der Anfang Gehen wir mal ins Weitermachen Gucken wir mal wo du was Ob du Ah ja Ah ja Ah, da sind die nur ein paar mitte. Ah, die geht aber ab, die soll. So, noch eine müssen wir noch machen. So, noch eine müssen wir noch machen. So, noch eine müssen wir noch machen. Da haben wir das mal. So, noch eine müssen wir noch finden. Eine Schnecke und dann haben wir die mit hinten. Oh, noch eine müssen wir noch machen. wieder durch abgeschlossen. Nicht schlecht. Schauen wir mal noch um Back. Und die nächste Quest Time 8 abgeschlossen, geht aber sauschnell irgendwie, Leute, zu mir. Bis jetzt geht's noch schnell. Bis jetzt geht's alles noch sauschnell, wenn man vielleicht noch schwer hat, könnte ich mir vorstellen. Wenn man ein bisschen mehr Missionen gemacht hat und mehr Questen. Oh, es gibt ein paar Move. Oh, man, 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 man. Ich bin ein paar Hände. Oh, hm. Ich bin ein paar Waffen. Ich bin ein paar Waffen. Ich bin ein paar Waffen. Waffe gucken, man. Das ist so wichtig, jetzt mal Waffe zu kriegen. Das könnte man vor... Ah, okay, jetzt Harkicid hat Stärke. Wow. Alla Wetterrhein, man. Das ist wirklich... So, jetzt gucken wir mal, was er noch so hat. Warte mal was, ich will nur was gucken, was für Veteranen brauchen. Die ganze Veteranen bauen... Äh, 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 äh. Halla, manchmal ist manchmal gut. Wow, okay, man red mir noch nie. Hat sie recht, das ist ein echt schöner Start und breit hier. Macht richtig schön Spaß hier zu sein, oder? Ja, das ist echt schön. Dann müssen wir das Gebiet hier auch schützen. Und dann schützen mein Modus, das ist immer gut zu schützen. Junge, Junge, macht das echt Spaß, oder? Mal gucken, ob er noch was Neues hat. Mal gucken, ja. Ah, Battlefield ist nicht. Ja, die sind... Ja, die sind saukooles Spielbieten. Aber ich würde auch sagen, ich bin bald schon überall lege. Mal gucken, ob ich nicht die Waffe wechsle, irgendwie. Du mal natürlich alle in... Ja. So, jetzt machen wir mal die nächste Quest. Die letzte. Aber so Leute, die Quest zieht ihr erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Game. Tschüss, bis dann. Tschüss. Bitchi. name